Selbst dieser Streaming-Riese macht Fehler. Willkommen bei WatchMojo Deutschland und heute präsentieren wir unsere Top 10 der größten Netflix-Flops. Um auch in Zukunft die besten Videos nicht zu verpassen, abonniere uns und aktiviere die Glocke. In dieser Liste schauen wir uns Netflix Original-Serien, Filme und Specials an, die entweder schlechte Kritiken erhielten oder in visueller und produktionsbedingter Hinsicht versagt haben. Nummer 10, The Ranch. Diese Netflix-Serie ist in der amerikanischen Kulturlandschaft angesiedelt, mit ziemlich konservativen Charakteren. The Ranch geht Familiendynamiken nach, mit Sam Elliott als grantigem Patriarchen und Ashton Kutscher als heimkehrendem schwarzen Schaf der Familie. Mit einer gelungenen Besetzung, darunter Deborah Winger, Danny Masterson und Elijah Cuthbert. Die vor einem Live-Studio-Publikum gefilmt sind, erweckt die Serie ein nostalgisches Gefühl. Aber viele kritisieren, dass der Ranch in Bezug auf Charaktere und Story viel zu vorhersehbar ist. Oh, woher kommt das von? Nummer 9, Flaked. Auf dem Papier ist das Netflix-Original ein Erfolg. Will Arnett, bekannt für Arrested Development und Bojack Horseman, ist Schöpferproduzent und Star der Serie. Er spielt den in Venice Beach geborenen Chip, der mit seinen persönlichen Dämonen kämpft. Parallelen zur erfolgreichen Showtime-Serie Californication, in der auch ein Typ aus Venice mit dem Leben hadert, sind zwangsläufig. Auch kann Regisseur und Oscar-Preisträger Wally Pfeister die Kritiker nicht über Handlungslücken und melodramatische Tendenzen hinwegtäuschen. Dazu kommen offensichtliche Schwachstellen im Plot und die nur allzu gut bekannten Eigenschaften der Hauptfigur. Nummer 8, The Get Down. Im Juli 2016 verzaubert Stranger Things die Zuschauer, dank des Retro-Stils und der charmanten Besetzung. Einen Monat später bringt Netflix eine weitere jugendorientierte Serie auf den Markt, aber mit völlig anderem Budget und Setting. In The Get Down geht der legendäre Baz Luhrmann der Kultur und Musik der South Bronx der 70er Jahre nach. Die Serie soll ganze 120 Millionen Dollar gekostet haben, eine der teuersten Netflix-Originale überhaupt. Die ersten sechs Episoden wurden von den wenigen Zuschauern größtenteils gut aufgenommen. Aber das achtmonatige Warten auf die zweite Hälfte ließ die Zuschauerzahlen völlig einbrechen und Netflix verabschiedete sich von der Serie. Die Produktionskosten für das Stand-Up-Special, das aus dem Berco Theater in Denver gesendet wird, sprengten nicht gerade die Bank. Aber zahlreiche Medien betitelten die Show als Katastrophe. Amy Schumers kruder Humor erreichten jedenfalls nur wenige Netflix-Abonnenten. Berichten zufolge gab es gemeinsame Anstrengungen, Netflix-Originale niedriger zu bewerten, worüber sich Schumer in einer ausführlichen Instagram-Reaktion ausließ. Ob nun überwiegend positive Rezensionen oder negative Kritiken und Online-Kommentare. Fakt ist, sie bekam vernichtende Bewertungen auf Netflix und jede Menge schlechte Presse. Nummer 6 Between Dieses in Kanada produzierte Netflix-Original vermischt Science-Fiction mit Teenie-Ängsten. Ganz sicher gibt es einen Markt dafür, aber auf Netflix kam die Serie bei Kritikern und Abonnenten nicht gut an. Die ehemalige Nickelodeon-Schauspielerin Jeannette McCurdy bringt einen gewissen Star-Clamour mit, aber die Story um Pretty Lake hat im Vergleich zu anderen Netflix-Originalen nicht viel zu bieten. Ganze 22% erzielte die Serie auf Rotten Tomatoes. Im September 2017 befand sich Between nach zwei Staffeln und zwölf Episoden an einem Punkt, an dem die Produktion eingestampft wurde. Nr. 5 Chelsea Dieses Netflix-Original betrat als erste Talkshow der Plattform Neuland. Dreimal pro Woche interviewt Chelsea-Händler prominente Gäste. Der Star-Clamour ist da, aber viele kritisieren die nichtssagenden Unterhaltungen. Die New York Post veröffentlichte sogar einen Artikel mit dem Titel Warum ist Chelsea-Händlers neue Show so schrecklich? Vielleicht mögen manche aufgedrehte Unterhaltungen über unverfängliche Themen, aber Kritiker haben definitiv ein Problem mit Chelsea, die offensichtlich mehr langweilt als unterhält. Adios, amigos! Nr. 4 Marco Polo Um epische Geschichten zu erzählen, braucht man das entsprechende Budget und Netflix war bereit, dem historischen Drama Leben einzuhauchen. Die ersten zehn Episoden kosteten 90 Millionen Dollar, aber trotz der aufwändigen Produktion blieben die Kritiker recht unbeeindruckt. Du willst Mongolia? Komm und geh es an! Die zweite Staffel legte in Sachen Qualität noch eins drauf, aber im Verhältnis zu den Produktionskosten floppte dieses Netflix-Original zwangsläufig. Alles in allem verlor Netflix 200 Millionen Dollar, ein Defizit, von dem sich die Serie nicht erholte. Marco Polo wurde damit die erste Netflix-Original-Serie, die keine dritte Staffel erhielt. Nr. 3 Die Wahn-Memoiren eines internationalen Killers Im Gegensatz zu Serien können Filme nicht in der zweiten Staffel reifen und sich verbessern. Versagen sie dann auf wirklich spektakuläre Weise. Seit September 2017 hält der Film seinen 0% auf Rotten Tomatoes, die vermeintlich größte Leistung dieses Films. Um das Drehbuch wurde in den Jahren vor der Produktion viel Wirbel gemacht, aber die filmische Umsetzung und die schauspielerischen Leistungen konnten die Zuschauer wohl nicht überzeugen. Also Leute denken, ich bin ein Hütter? Vielleicht sind sie, vielleicht sind sie nicht. Ernichtend und darüber hinaus verärgerte der Film die Venezolaner, weil ihr Land so negativ dargestellt wurde. Ein internationales Scheitern auf ganzer Strecke. Nr. 2 Hemlock Grove Dieses Netflix-Original wurde gleich für zwei Emmys nominiert. Viel Lob erhielt die Titelmusik und die visuellen Effekte. Kritiker bewerteten die Serie allerdings anders. Das Storytelling wurde heftig kritisiert, vor allem die fehlende Fokussierung und das langsame Erzähltempo kamen gar nicht gut an. Horror in Verbindung mit Comedy kann man mögen, aber die Serie konnte ihr Potenzial nicht vollständig ausschöpfen. Nicht einmal mit dem bekannten Horrorregisseur Eli Rods, der als ausführender Produzent mit dabei war. Nach drei Staffeln besiegelte Netflix das Schicksal dieser Serie. Adam Sandlers Comedians waren schon immer etwas anders. Als er 2014 einen Vertrag mit Netflix über vier Filme schloss, wussten viele Abonnenten, was sie erwarten konnten. Aber der Ridiculous Six schaffte es nicht nur nicht komisch zu sein, sondern überraschte auch noch mit mangelndem kulturellen Feingefühl, woraufhin viele Natives den Dreh verließen. Trotz dieses Rückschlags und den folgenden Flops in The Do-Over und Sandy Wexler verlängerte Netflix 2017 Sandlers Vertrag. Offensichtlich bringen seine Netflix-Originalfilme immer noch hohe Zuschauerzahlen ein. Der Ridiculous Six wird zumindest in filmischer und kultureller Hinsicht als Riesenflop betrachtet. Stimmst du unserer Auswahl zu? Für noch mehr Top 10 abonniere einfach WatchMojo Deutschland.